Wenn man ein Kabel an eine Eva dran macht, ist es dann Eva-nit? Ich glaube, die chillen wieder über irgendeiner Hedge und kommen nicht rein. Gewunden! Warte, gewunden! Warte, warte! Warum machst du so wenig Strokes? Ist so unfair! Ich weiß es nicht! Fick dich! Na, Alter! Wie knapp das war? Ja, mach die Sache! Nein! Kann ich? Von hier aus eigentlich? Geht das? Probier's! Ich meine, ich hab halt alles auf Lightning-Damage gestackt, aber... Was war das? Daneben! Ich weiß es nicht! Danke, sehr hilfreich! Oh, das ist schon, wenn man Waffe ins Oblivion zieht! Warte! 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 Müssen! Mein Windscreen! Lass es gut sein, ab zu Volt! Nein! Hier wird der Herr! Hier wird der Volt! Vielleicht kommen drei Leute auf uns zu, Junge! Mit... Keinem Loot, Mann! Er hat respawned! Habe ihn keine Rüstung abgezogen! LOL! LOL! Drauf war Siflein getroffen! Ich ulti die jetzt einfach gleich, wenn die runterkommen! Jetzt! Rude! Nice! Ich hab jemanden gelockt! Nice! Ich hab zwei Leute gelockt! Ich hab den anderen! Nice! Lass einfach das Haus luten, lol! Nee, danke! Ja, doch! Ja, das könnt ihr zu zweit luten! Wolltest du mich mal unterspeisen? Nein, ich wollte zu der Waffe! Ich fang von unten an! Ich fang von unten an! Wer hätte sich hier abtrennen können? Abtreiben! Hätte sich hier abtreiben können! Hätte sich hier abtreiben können! Das ist ein Lobby-Rind, ernsthaft! Wie war das? Wollt ihr nicht wirklich? Ja! Oh! Wow! Wtf? Was passiert mit mir? Du bist aber immer geboten! Du bist aber immer geboten! Wtf? 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 Sollte dir entgegen kommen? Oder... Entweder links? Ja, links! Warte, ich will immer einen coolen Trick hier am Fenster zeigen, komm mal! Hier ist ein Glas dran, ne? Wenn du dann eine Nelte reinschmeißt, bleibt die da liegen! Nice! Ich versuche mal hinter den zu kommen! Help! Die chasen mich! Ich bin ein Sandwich-Dier gewesen! Ich bin ein Sandwich-Dier. Der ist ein Sandwich-Dier. Ich habe einen! LoL! Alter! Yo! Tür zwischen den fucking Zuckerstangen! LoL! ein süßer Typ, ha? ha 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 wow stimmt, da ist auch nicht Intentional Team Kiel ha 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 oh das sieht so dumm aus nein ha 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 mehr Smokes oh f*** Thurman, wooo ja ich komme hier ich bin komplett entzogen einer ist gedaunt alter der smoke ist richtig geil hab noch einen gedaunt ah das letzte hab ihn nice kill leader, 6 kills du nice oh alter oh what the f*** alter yo ich bin tot nice alter ähm you have died wie soll ich ihn angreifen, ich hab keinen Fernkampf oh god, der hat mich auch gewonhitted what the f*** alter was der Rectic Checkpoint ok, was machen wir jetzt? ja, besser ausweicht würde ich sagen ok ja, alles go oh was sind sofort beide tot, oder? er hat uns beide einmal gestreichelt wir sind sofort umgefallen oh ja nein ich hab uns beiden nicht geholfen ich bin traurig oh wow hä? hä, was hast du ge- lol hi weg try me, bitch oh oh bitch, i will lol, hä, wieso bin ich auf der... ja was ist grad passiert? wieso bin ich auf der gleichen Stelle stehen geblieben was soll komm wir hier hoch nie, oder? im Balkon, hm ähm oh mein god hm? warte mach mal hier auf kommst du durch? äh, ne mach noch die Ecke hier weg ich bin leer benutze deine Waffe du Opfer warte doch, ich komme einfach durch ja lol easy zeig wo ich bleiben muss? da genau auf der Stelle soll ich oder du bist noch klemmers? ne ne mach, mach wir brauchen keine... siehst du den hier? nein, nein, warte, noch ein bisschen weiter rechts von dir aus gesehen ja, genau hi so, siehst du den? ja da ist also, push mich das hat uns beiden nicht geholfen ne, aber echt mal nicht, wow ne ich glaube, ich hab das noch richtig im Kopf, ja low click sagen wir so, ich hab jetzt schon mal alles, alles ordentlich geboostet hier ja, ich mein, was soll passieren? what could possibly go wrong? Napalm ja, wenn du mich gleich schreien hörst, dann steht vielleicht mein PC in Flammen, aber... bold of you to assume, weißt du, wir hören dich schon nicht mehr, wenn du Rainbow Six Siege startest, du hast wirklich noch so in dein PC-Brenn das passiert grad bei dir was? wir haben beide... ein Ladezeichen ja, warum? das heißt, der Server lag grad einfach warten Level wie hab die schlechtesten Sachen überhaupt RIP ME! LOL! PUNCH OUT! Das ist grad'n 4er Punch-Out! Oh fuck, der hat das 1 zu nerbekommen! Ja, RIP! How one? This is fine! Ah fuck! Wir sind nur noch 2! Ja! Oh, der hat einen Acaustic-Trap-Tank geplast, lol! Keine Rede! Hat er? Ja! Oh fuck, hat er gesagt! Hat er gewinnscht worden! AG halt, ne? Na? Hast du den einmal gehittet? Der reviviert sich! Er wird reviviert! Was machst du? Oh god! What? What? How are you alive? Fuck you! Mach mal nie! Uff! Hast du mich gewinnscht, ne, oder? Ne, ne, ne! I'll getcha! I'll getcha! It's locked! Your kill leader is mine! Vientify file, desuat!